Hallo ihr Lieben und ein ganz ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du deinen Weg jetzt zu mir gefunden hast. Ich melde mich heute mit einer Botschaft von mir. In meinem Leben gab es einen gewaltigen Umbruch. Ich weiß, dass das Leben immer für mich passiert und ich bleibe auch in diesem Vertrauen. Und dennoch brauche ich einen Moment, um mich ein bisschen zu sortieren und ja, alle Erneuerungen, alles in mein System zu lassen. Und ja, und dann bin ich auch wieder für euch da, in welcher Form auch immer. Und ich wollte mich einfach nur melden, um mich einfach nochmal zu bedanken für dieses unglaublich wunderschöne Feld, das wir gemeinsam geschaffen haben, für all die Liebe, die von euch kam, in Form von Kommentaren und Gedanken, was auch immer, Energie. Und ich bin hier, um euch ein bisschen Liebe da zu lassen und ja, euch zu sagen, ich sende euch ganz, 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 ganz viel Liebe und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich weiß nicht, wie lange es braucht, ein paar Tage vielleicht, um mich einfach neu zu sortieren. Und ja, ich wünsche euch wirklich aus dem tiefsten Herzen das Aller, Aller, Allerbeste. Liebt, liebt weiter, so viel ihr nur könnt. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Ciao, ciao! 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 Ciao!